Und damit wieder ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge SOMA. Wir haben in der letzten Folge hier aufgehört zu spielen. Ein bisschen ist die Stimme weg. Nein, wir hatten hier aufgehört zu spielen. Wir hatten auch in der letzten Folge einen Sicherheitsscan gefunden von einem Brandon Wann. Das ist der hier. Aus dem unser Charakter hofft, ein Code irgendwie rausziehen zu können, damit die Catherine auf das Stunbett zugreifen kann. Das Stunbett ist, glaube ich, das ganze Konstrukt für dieses, der Name für dieses Gebäudes hier, wo wir uns bisher befinden. Ich erwähne nochmal vorher, also es ist jetzt die letzte Zeit gar nichts mehr gekommen von mir. Ich bin auch eigentlich schon überhinterhengig damit, mit SOMA. Wir können uns auch nochmal, ich will mir das nochmal angucken, diesen Scan hier zumindest. Das war nicht so schlecht. Das Stromau hat mich wirklich aufgeworfen lassen. Das ist ein Schatz. Was ist passiert? Was ist alles? Geh es einfach, Herr Wan. Chan? Was ist passiert? Ich kann nichts sehen. Es gibt nichts hier. Es geht nicht, Herr Wan. Es wird alles besser. Nein, nein, das ist eine Lie. Du bist ein Lie. Okay, calm dich, Herr Wan. Nein, 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 nein. Warum machst du das mit mir? Ich vertraue dich, Chan. Ich vertraue dich! Dieses Setup wird nicht funktionieren. Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen also etwas anderes. Also werde ich mal gucken, dass wir noch was anderes finden. Auch wenn ich nicht weiß, wo ich gucken soll, ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es ja hier noch von diesen Speicherkarten oder was das für Dinger sind. Gibt es ja vielleicht noch andere. Scheint aber nicht so auszusehen. Es sieht wirklich nicht so aus. Nein, es gibt wirklich keine besseren Karten. Oder was uns jetzt irgendwie weiterhelfen könnte. Tatsächlich nicht. Ah, warte mal. Nee, doch nicht. Schade, hätte eigentlich klappen können. So. Ja, wie gesagt. Mit den NetSpace hänge ich jetzt ein bisschen hinterher. Aber ich will das jetzt alles versuchen aufzuholen. Ich produziere jetzt auch immer ein bisschen vor immer wieder. Ach, nee. Lass mal los. Ich habe so das dumme Gefühl, dass wir hier noch drauf müssen auf diesen Stuhl. Kopie an keiner. Netzwerkübertragung. Irgendwas ist doch hier immer eingeschränkt, ey. Warte mal. Da ist ein Error. Error, Error. Nanami-Struktur. Komprimierte Nakajima. Neurograph. Keine Ahnung. Wir leben hier unter Wasser und haben trotzdem geiles Internet. So, mal gucken. Eigentlich will ich gar nicht mal da raus. Eigentlich nicht. Aber das hier, was hier rumläuft. Scheint wohl so blind wie ein Fisch zu sein. Ich wünsche dir einen neuen Branden besser. Was würde ihm sprechen? Äh. Ich höre merkwürzige Geräusche. Wir kommen hier auch nicht durch, ne? Kommen wir gar nicht. Hier geht es auch nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht so genau. Warte mal. Haben wir nicht irgendwie ein... Also wenn wir jetzt immer J drücken, äh, bekommen wir wohl immer so eine Information. Brandon. Brandon? Hier geht's. Brandon Wands Room. Ich werde dir einfach überraschen. Ich werde dir einfach überraschen. Kaku. Und ich habe auch noch kein Schwarz-Weiß-Welt in die Kamera reingehauen. Ähm, es ist einfach, dass die Kamera mit der ich arbeite oder mit der ich zurzeit immer noch arbeite. Wow, wir sind drin. Habt ihr das gehört? Ich auch nicht. So, ähm, warte mal. Lass erstmal eine Funze anmachen hier. Sieht nämlich von einem Zimmern bisher irgendwie am saubersten aus. Cool, die da brauchen wir uns über diesen Teil hier. Über dieses Ding. Ihr habt es gehört. Wenn jetzt hier ein Vieh rein stürmt, ne? Wenn jetzt hier wirklich ein Vieh rein stürmt, was ich ja nicht vermute und auch nicht hoffe, sind wir aufgrund des Lichtes, wenn es nicht blind ist wie so ein Fisch, dann sind wir echt am Arsch. Und das ist unser, der Recht hier zumindest, das ist unser, ähm, Patient da eben, der auf dem Stuh da saß, in diesem OP-Raum. Keine Ahnung, äh... Sieht wie Alice und Branden gemacht haben. Oh, wir können definitiv das benutzen. Ich glaube, wir haben das geschafft, Simon. Ich kann Synthesize Alice's voice aus dem Intercom und benutze es um sie zu impersonieren, für die Simulation. Wir können sie sich um ihn zu fühlen, zu öffnen. Great. Wir sind definitiv gut gut. Gut, mit dem Intercom. Ich wusste nicht, dass du ein Datalierst. Was ist das? Es ist nur etwas, was ich jetzt machen. Also, es kommt natürlich zu dir. Was ist wirklich interessant? Ja, ich werde sicher, dass ich es zu meinem Datalierprofil Obercool. Also, wieder ab und... Wir scheinen vorerst sicher. Vorerst. Vorerst. Es steht nichts drauf. Und da auch nicht. Man schraut sich ja auch gar nichts anderes, irgendwie auch, äh... außer durchzuschleichen. Okay, also... machen wir das mal. Also, man muss immer aufpassen... dass man nicht, ähm... irgendwie gleich um die Ecke, was einen angesprungen kommt. Irgendwie. Und jetzt. Das war nicht so schlecht. Das ist so schlecht. Das Stromau hat mich wirklich gut gemacht. Bastard. Ah, das ist großartig. Ich bin glücklich, dass du all right bist. Alice, was ist passiert? Nichts passiert. Hast du sicher, dass du gut fühlst? Warum bist du so? Warum bist du so? Warum bist du so? Wer bist du so? Wer bist du, du besser aus hier. Ah, keine Angst. Ich brauche deine Hilfe. Was ist das? Was ist das? Was hast du mir gemacht? Was hast du Alice gemacht? Wenn du sie hörst, dann werde ich dich enden. Müssen wir es aus? Können wir ihn einfach leben, bis wir den Cipher haben? Je länger er ist auf das Computermodell, desto mehr er wird auf ihn. Also? Was ist falsch, dass er ihn ein bisschen verletzt hat? Das würde ihn verrückt. Also lasst uns die Session kurz und die Suffering zu einem Minimum. Schmeißen erstmal den Beutel da weg. Diesen Kulturbeutel. Äh... Oh, ich hab gar... Oh... Fuck, Alter. Also bringt das auch nix. Das war nicht so schlecht. Der Stromau hat mich wirklich verarbeitet. Bastard. Alles ist okay jetzt. Alice, was ist in der Raum? Nichts, nichts. Es muss sein Span, das macht es einfacher. Warum schaffst du so? Was bedeutet das? Honey? Whoever you are, you better get the fuck out of here. Please, I'm just trying to find a Cipher. What the hell is this? What have you done to me? What have you done to Alice? If she's heard, I'll fucking end you! Simon, we need something new to work with. Das heißt, wir müssen wieder hier raus, dann müssen wir wieder was finden und... Ach man, wo geht's als nächstes hin? Am besten nochmal auf. Hier bringt's glaube ich auch nix irgendwie rein zu gucken, weil hier waren wir schon. Also, hier haben wir schon alles abgegrast. Ich glaube es ist besser, wenn das unter Verschluss bleibt. Glaube ich. Einfach ganz ruhig bleiben. Dann würde ich mich auch aus der Sache einschieben. Also, du bist nicht schuldig, dass es andere Simons oder Katharines laufen da draußen? Jetzt bin ich. Geh, Simon. Einige Gedanken sind besser alleine. Also, als nächstes... geht's in... Katharine. Also, da bringt's auch nix irgendwas zu suchen. Weil, auf sie reagiert denn die sind natürlich gut. Strohmeyer... Marc Saran... Oh, hier finden wir auch nix. Warte mal. Äh, ich glaube ich sollte mir diese... Codes am besten mal aufschreiben. Oder, also... Aufschreiben, genau. Genau. Aufschreiben. Wobei ich ja so viel gut Mathe kann. Äh, sind wohl Forschungen. So irgendwas. Das sind die Viecher wahrscheinlich, die uns angegriffen haben bisher. Ja. VHS... WTF? Müsste da stehen. So, hier ist auch nichts auf. Ich kriege mir die Türen auch nicht auf. Oh. Bringt auch nicht wirklich was. Mach das Brett zu. Ihhh. Sehr appetitanregen. Ich hab grad was gegessen. Was hab ich da mal grad eben gedrückt? Irgendwas hab ich grad eben gedrückt, dass... Dass die Olle mir sagt, wo ich hingehen kann. Oh, ich dachte grad da steht jemand. Und wir scheinen hier glaube ich nicht weiter zu kommen. Und so viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. So, was bedeutet also... Äh, wir brauchen denn schon... Irgendwas... Gutes. Und so, die Tür geht auch nicht auf. Warum auch immer. Auch wenn ich mir gerne wünschen würde. Dass die Tür aufginge. Nix. Überall nix. Auch nix. So, hier waren wir grad eben drin. Ähm, das ist ja das Zimmer von... ...Brendon Wann... ...Magicomorebi... ...und Nadine Masters. Da kommen wir auch nicht rein. Wo kann man denn... ...bitteschön... Microwave Radiation... ...Elektrik Hazard... ...Emitter und Batterie... ...Hot... ...Don't look into Emitter. Ne Krimp Zange. Krimp. Also mit... ...P hinten dran. So. Ähm... Gott sei Dank läuft hier grad keine Führung. Jetzt grad noch nicht. Aber wo können wir denn bitteschön doch hin? Weil ich weiß grad keinen Weg mehr. Und wirklich noch... ...Hingehen könnte. Mal gucken, ob hier irgendwo was ist. Nein. Achso. Gut, das geht nicht. Hier sind wir. Cool sieht's ja aus, ja. Also ohne Witz. Ja. Wir müssen jetzt natürlich gucken... ...nach einem... ... ...ein blindes Vieh. Äh... Auch weil ich mir nicht so ganz vorstellen kann... ...wie es eine Tür öffnen will, wenn es keine Arme hat. Ist sehr, sehr komisch. Ach nee. Warte mal. Ich glaub ich hab ne Idee. Ich glaub ich hab voll ne fette Idee. Ach so. Ich mag immer gar nicht um die nächste Ecke zu schauen. Mag ich eigentlich immer gar nicht. Nee, ich lass es lieber. Wer weiß, wo das nächste Vieh steht. Ich hab mir mal angewöhnt, bei solchen Spielen... ...so was wie Amnesia oder... ...Ähm... ...Penumbra oder mittlerweile auch Soma hier... ...hab ich mir mal angewöhnt, immer die Türen nach mir zu schließen. Auch wenn das bei manchen Viehern eigentlich nie was gebracht hat. In Amnesia waren die Viecher immer so krass drauf. Die haben... ...Ähm... ...die... Simulating Brandon-Wan war eine gute Idee... ...aber wir müssen seine Umgebung ändern, um die Erinnerung zu schließen.